Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 9. Oktober 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 477 und ich habe heute euch die folgenden Themen mitgebracht. Wien, EU-Code Week 12.0.1, einige Tweets durch Twitter, logischerweise durch die Timeline von vielen von euch, die vielleicht auch dem einen oder anderen Österreicher, genau gesagt dem einen oder anderen Wiener folgen. Ich tue das, dem einen oder anderen Blogger und bei denen ist aufgefallen, dass Amazon Logistics Lastwagen rumkurven. Das hat dahingehend der Grund, dass Amazon gestern auch bekannt gegeben hat, dass sie ab sofort ein Verteilzentrum in Niederösterreich haben, mit dem Ziel eben Wien direkt beliefern zu können. Da haben sie diverse Kooperationen mit örtlichen Transportunternehmen, dessen Namen wir jetzt nicht viel sagen, aber sicherlich dem Jan von unserem Geek Talk News Team, der wird da sicherlich auch ein bisschen mehr erzählen können in der nächsten Geek Talk News Folge. Da ging es, ja die liefern halt eben Pakete aus, die von Amazon bestellt werden. Das wird sicherlich den einen oder anderen freuen, wenn er hier auf DHL und Co., DPD etc. verzichten kann in Zukunft, von Hermes ganz zu schweigen, obwohl das war Deutschland. Aber lassen wir das Thema mal nicht alte Wunden aufreißen. Die EU-Code Week oder gestern gesagt Weeks sind eingeläutet. Vom 6. Oktober, also vom letzten Samstag bis und mit 21. Oktober diesen Jahres, kann man wieder in diversen Apple-Stores, auch hier in Europa, Coden lernen. Zum einen Coden für Einfänger, also die ersten kleinen Schritte dazu, dann aber auch Geschichten für Kinder, mit Sphero, Labyrinth Challenge etc. Und solche Dinge sind da mit dabei. Also jeder kann da ein bisschen mit Rum oder erste Erfahrungen mit Programmieren eingehen. Solltet ihr, wenn ihr euch dafür aber interessiert, ziemlich schnell sein mit anmelden, denn die Learning Sessions sind ziemlich schnell jeweils ausgebucht. Gibt es auch hier, speziell halt für die Schweiz, in diversen Läden. Zum einen ist das sicherlich in Zürich, in Basel und in der Westschweiz, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Also zuschlagen, würde ich doch sagen. Wenn wir gerade bei Apple sind, da einen kleinen Hinweis für all diejenigen, die das Backup noch nicht gemacht haben, aber das Update schon rengerutscht ist. Macht mal kurz ein Backup von eurem iPhone und iPad, denn es gibt das erste Update auf die iOS 12, die 12.0.1. Da sind unter anderem WLAN Probleme und auch ein paar weitere Kleinigkeiten, die dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen sind oder betroffen haben, abgedeckt und werden gefixt. Auch gefixt wurde das Line-Up von Audi, denn auch bei denen gibt es jetzt ein elektrisches Fahrzeug, ein rein elektrisches Fahrzeug und ich habe ja immer mal gelernt, oder ich habe ja früher mal gelernt, im Verkauf spreche ich nie über Fussball-Religion und was war das dritte? Waren das Autos? Ja, auf jeden Fall, ich finde das nicht mal so ein wüstes Modell, wie von anderen deutschen Herstellern. Ist ein schönes Modell, wenn man so sagen darf, kann bis zu 400 Kilometer weit fahren mit einer Ladung, ist zweieinhalb Tonnen schwer und kommt in 5,7 Sekunden auf die 100. Da kommt natürlich der elektrische Motor dem ganzen Gewicht zugute. Das Ganze ist basierend auf einem SUV und gliedert sich relativ gut in Audis Design ein, da man nicht eben wie andere Hersteller, Mercedes etc., da ein bisschen was Gespaceres rumgebastelt hat, sondern beim bewährten Design geblieben ist. Hut ab an der Stelle. Preislich liegt es circa auch da, wo die Teslas zu Hause sind. Muss man sich mal anschauen, wenn es interessiert. Wir haben einen Link natürlich bei uns in den Shownotes, wie zu den ganzen anderen Themen, die ich heute noch bearbeiten werde. Ja, ein kleiner kurzer Neuigkeit für all diejenigen, die The Walking Dead geschaut haben in der Vergangenheit. Acht Staffeln gab es ja bis anhin. Jetzt startet, also gestern Abend ist gestartet, die neunte Staffel. Wenn und wo ihr das sehen könnt, auch das bei uns in den Shownotes mit drin. Damals vor zwei, drei Monaten war es, glaube ich, oder noch ein bisschen länger her, hat Yahoo ja diverse Geschichten eingestellt, unter anderem auch den Yahoo Messenger. Man dachte ja, es sei fertig. Es wurde aber auch gleichzeitig angekündigt, dass eine Alternative in Arbeit ist. Und ja, die Alternative, die ist nicht mehr in Arbeit, sondern jetzt fertig, nennt sich Yahoo Together und soll dem geneigten Nutzer die Möglichkeit geben, sich besser sozial zu verknüpfen. Sei es mit privaten Chats, sei es mit verschlüsselten Chats, sei es mit öffentlichen Räumen und so weiter. Wie das Ganze funktioniert, ein kleines Video auf YouTube ist bei uns auch verlinkt. Und ja, der eine geht auf, der andere geht zu. Eigentlich dachte man ja schon seit Jahren, dass das Google Plus Netzwerk, das eigene Google, also das Social Network von Google, was man damals im Jahre 2011 vorgestellt hat, dass es das schon so lange gibt, aber niemals wirklich wieder weiter gepflegt hat. Natürlich schon ein bisschen und auch optisch, aber nicht in dem Umfang, wie es andere Social Networks getan haben. Und ja, das wurde dem Ganzen wahrscheinlich unter anderem auch zum Verhängnis. Plus hat Google herausgefunden, dass sie, um den ganzen DSGVO etc. gerecht zu werden, viel zu viel daran schrauben müssen. Also, ja, sagen wir es ganz einfach. Die Daten, die ihr in Google Plus reinschmeisst, sind Google nicht so viel wert oder mit denen können sie nicht so viel anfangen, dass sie das Ganze auch finanziell umsetzen könnten. Schade und somit gliedert sich der Dienst den 44 anderen oder nein, 43 anderen Diensten ein, die Google eingestellt hat. Welche das sind, und ich glaube, das ist der interessanteste Link bei uns in den Show Notes, das könnt ihr nachlesen. Da sind Dinge drunter, wie Google Wave, iGoogle, Google Health etc. Les doch mal nach. Klick doch mal auf daily.geektalk.ch bei der heutigen Sendung GT4 177. Genau. Und zu guter Letzt gehen wir noch zu Microsoft und die haben ja in der letzten Zeit vieles Open Source mässig online gestellt, damit die breite Nutzerschaft das Ganze ein bisschen einsehen kann und auch das eine oder andere dazu und mitentwickeln kann. Genauso hieß es auch, dass man das beim Game macht, was sie sich vor ein paar Jahren teurer zugekauft haben, bei Minecraft. Denn dieses Spiel wird nach und nach freigegeben. Also nicht alles, aber gewisse Teile vom Quellcode werden freigegeben. Wer da mal ein bisschen rumgurken möchte, sollte sich das anschauen. Ist doch toll, was Microsoft da so macht in letzter Zeit. Ja, das war jetzt die Neuigkeit, die ich heute für den Dienstag für euch hatte. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und auf eure Feedback etc. Und lasst mir doch wissen, wenn ihr auf diesen Yahoo Messenger umsteigt. Wir brauchen ja noch ein paar Messungen. Genau. Ja, oder vielleicht auch wie traurig ihr seid über Google Plus Tod und so weiter. In diesem Sinne, euer Pokipsi, bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.